Hello my friends and welcome to another episode of I Braid Your Zeus. Ist das richtig? Ich hoffe. Ja, hi meine Freunde. Ja, wir haben wieder einen weiteren Zoo eingesendet bekommen, nämlich von Sabrina. Und die Sabrina schreibt auch eine schöne E-Mail für uns, nämlich schreibt sie Lieber Dandi, ich liebe deine Videos und nutze daher die Chance deines Resets, um dem Mainz Zoo African Ménagerie zu senden. Was heißt das denn? Ménagerie? Klingt so französisch. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was das übersetzt heißt? Mon amour, je parle français un petit peu. Oh man ey, heute ganz viele Fremdsprachen. Der Zoo soll nördlich der Sahara liegen und ist daher im arabisch inspiriertem Stil gebaut. Soweit ist der Zoo fertig gebaut, natürlich unter Vorbehalt und von Verbesserungsvorschlägen deinerseits, da mein PC auch nichts Größeres mitmachen würde. Die Straßen und den Parkplatz von dem Zoo habe ich aus dem Workshop runtergeladen und nur leicht angepasst und ein Kamelgehege ergänzt. Der Zooeingang und alles im Zoo selbst ist von mir selbst gebaut. Falls du willst, kannst du meinen Zoo gerne allen Zuschauern zur Verfügung stellen, ich habe die Besucherzahl auf 500 begrenzt und dir eine Mitarbeiterin bereitgestellt. Hoffentlich passt das mit deinen FPS so. Ich wünsche dir viel Spaß in meinem Zoo und freue mich auf dein Feedback. Grüße, Sabrina. PS, falls du dich wunderst, wie so ein paar Barrieren zu niedrig erscheinen, ich habe an einigen Stellen aus ästhetischen Gründen entschieden, nur darauf zu achten, dass die Ingame-Tiere nicht ausbrechen können und wenn das Real natürlich, auch wenn das Real natürlich sehr gefährlich wäre. Ja gut, weiß ich Bescheid. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal fürs Einsenden. Und ich würde sagen, wir besuchen jetzt die African Menagerie. Okay, los geht's, da sind wir schon. Und man sieht schon, der Eingangsbereich wurde komplett geändert. Du hast auch hier diese Teleporter komplett neu platziert. Das finde ich immer total cool, ich weiß gar nicht, wie das geht. Das habt ihr mir bestimmt schon mal in die Kommentare geschrieben, weil ich schon öfter danach gefragt habe. Muss ich mal nachlesen, weil finde ich mega cool, dass man das hier komplett ändern kann, weil du hast hier direkt mit so einer Straße angefangen, hier auch so einen Zaun gebaut. Was ist das denn für ein Zaun? Ist das dieser dunkelgrüne? Kann man den anfärben, anmalen? Klassisch Kupferzaun. Ja, ich glaube, das ist dieser dunkelgrüne normalerweise. Cool. Sehr, sehr cool. Achso, wenn ich ein bisschen verpeilt bin, seid mir bitte nicht böse, ich bin gerade erst aufgestanden. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Ich hatte gerade Lust, einen Zoo zu besuchen. Das finde ich aber cool, dass du hier so eine richtige Straße gebaut hast. Ist natürlich schade, dass man die Jeeps hier nicht fahrbar machen kann. Das wäre cool, wenn man denen wirklich hier so eine Strecke geben könnte, wo die dann immer hin und her fahren. Das wäre mega cool. Dann würde das hier noch viel belebter wirken. Aber ist schon cool gemacht. Ich liebe sowas ja. Wenn man hier beim Parkplatz und beim Zooeingang noch eine Straße baut und sowas. Hier ist sogar so eine kleine Bushaltestelle. Sehr viel Liebe zum Detail. Der ganze Bordstein und so hier. Aber du hast ja auch geschrieben, du hast hier sehr viel aus dem Workshop. Oder den größten Teil von der Straße und dem Parkplatz. Deswegen weiß ich jetzt nicht, was du davon selbst gebaut hast. Aber das sieht schon sehr cool aus. Selbst wenn das aus dem Workshop ist. Schöne Zebrastreifen. Parking A. Okay. Das ist auch cool. Die Parkplätze sind so Schotterparkplätze. Ohne Asphalt. Finde ich aber eine coole Idee. Hier stehen ja ganz viele kleine Autos. Ist ja so ein arabischer Park. Hast du gesagt. Finde ich auch mal sehr interessant. Ich bin gleich sehr auf den Baustil gespannt. Camel Parking Lot. Today you all arrived by bus or car. But just 100 years ago people traveled by horse or camel. Therefore we want to show you here an example of how you would have parked your right park back then. Oh cool. Ah lol. Hier ist so ein. Das ist ja cool. So ein Kamelparkplatz. Hier sind auch so die einzelnen Boxen. Seht ihr das? Das ist ja cool. Coole Idee. Ich finde es übrigens sehr gut, dass du da. Also das mit den Kamelen hast du ja selber gebaut. Hast du gesagt. Oder selbst gebaut. Ich finde es cool, dass du das alles in Englisch gehalten hast. Ich hoffe, der Rest in deinem Zoo ist auch alles auf Englisch. Weil, ähm, ja, Englisch ist halt immer schwierig, ne? So ein bisschen gemischt ist immer nicht so schön. Ja, cooles Gehege. Ist natürlich relativ flach, aber ist schon sehr solide. Ich finde das cool, dass du hier den ein oder anderen Felsen gemacht hast und dann immer mit diesen schönen Palmen und so. Dadurch kommt halt auch sehr dieses Sahara-Feeling auf. Hast du schon gut gemacht. Ist halt eine richtig coole Idee hier mit dem Parkplatz. Finde ich mega nice. Richtig cool. Arabisch. Ich konnte mal Arabisch. Zumindest ein paar Wörter. Das klingt aber immer so böse. Ich hoffe auch, das heißt das, was ich denke, was es heißt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen sollte. Vielleicht gleich. Ich überlege es mir. Nicht, dass es irgendeine Beleidigung ist, die mir mein Kumpel damals beigebracht hat und mir gesagt hat, es ist keine Beleidigung. Cool, hier ist sogar so eine Ampel. Würde die bei Nacht funktionieren? Er würde bestimmt nicht mal Arabisch sprechen. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube aber nicht, dass es eine Beleidigung ist. Cool, die leuchtet sogar. So, gehen wir mal hier lang. Ich überlege es mir, Leute. Vielleicht verrate ich es euch gleich noch, wenn ich es nicht vergesse. Dann hört ihr mich mal Arabisch sprechen. Vielleicht kann ja der ein oder andere von euch auch Arabisch. So. Weiter geht es. Finde ich mega coole Idee. Ist mal was ganz Neues. Bis jetzt richtig cool hier. Und hier ist der Eingang dann. Oh, wie schön. Oh, diesen Boden, den sieht man auch so selten. Finde ich cool, dass du den benutzt hast. Den sieht man wirklich super selten, diesen Boden. Der ist auch schwer einzusetzen, weil der, ja, eine ganz seltsame Farbe hat. Aber sehr passend für deinen Park hier. Auch für diesen Eingangsbereich. African Menagerie. Cool. Sehr schön. Ist toll. Finde ich ein bisschen das plätschernde Wasser. Vielleicht hättest du hier noch so ein bisschen plätschern einbringen sollen. Aber das ist immer so, ja, mein persönliches Empfinden. Weil ich liebe ja plätscherndes Wasser am Eingang von Zoos. Aber vielleicht kommt da vorne noch was. So, wir gehen mal rein. Musik ist leider auch keine hier. Musik fehlt auch ein bisschen. Doch, hier. Nur sehr leise. Du, du, du. Steht da einfach voll random, die Box, oder? Ist das gewollt? Steht da einfach so im Weg? Hm. Okay, es sind auf jeden Fall so ein Infoladen und ein... Was? Ballons? Ja, ein Looney-Balloon. Ein Ballonladen. Das haben wir hier rechts. Ah, hier ist ja was zu trinken und was zu essen. Nur noch die Toilette. Die finden wir gleich hoffentlich auch noch. Hier ist aber Musik. Okay. Hier ist die Box auch versteckt, glaube ich. Ich weiß zwar nicht wo, aber ich glaube, hier ist hier ein Unfall passiert mit der anderen Box. Aber es macht ja nichts. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Und hier geht es dann auf den Hauptplatz. Ach, cool. Ist das eine Sonnenuhr, oder was ist das? Eben da. Feeding Time. Ah, das ist tatsächlich... Oh mein Gott, das ist ja eine mega coole Idee, Leute. Das ist halt eine Sonnenuhr. Also hier ist ja der Schatten. Der sagt, glaube ich, die Uhrzeit an. Und wenn jetzt die Sonne wandert... Seht ihr das? Von diesem Ding. Jetzt haben zum Beispiel... Jetzt ist der Schatten auf dem Elefant. Das heißt, jetzt wäre Feeding Time für den Elefanten, wenn ich das richtig verstehe. Das ist ja mega die coole Idee. Oh mein Gott. Und jetzt ist der Schatten hier auf die Giraffe, oder was das sein soll. Das ist eine Giraffe, ne? Das heißt, die Giraffen haben jetzt Feeding Time. Wow, cool. Also bis jetzt bin ich schon mal sehr beeindruckt von deinen Ideen. Echt toll. Und auch schöne Musik hier. Und hier haben wir auch die Toiletten, die ich angesprochen habe. Auch in einem sehr schönen Stil. Wow, cool. Sieht halt wirklich so ein bisschen arabisch aus. Hammer. Auch so mit den Büschen hier. So Leute, komm jetzt arabisch droppen. Sogar mit ein bisschen der Bravo-Stimme. Sieht für Arbe, 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 Wachet. Klingt böse, oder? Heißt aber eigentlich nur, soweit ich das weiß, 0441. Also die Vorwahl, die telefonische Vorwahl von Oldenburg. Klingt aber böse. Aber liegt wahrscheinlich auch an meiner bösen Betonung. Oh Gott, wo gehe ich denn lang? Ich gehe mal erstmal hier hoch. Hier ist auch so eine... Wie fad ist das hier? Wie cool. Das hast du aber alles sehr schön gebaut hier, auch mit den Treppen und so. Cool. Ach, hier fährt dann so eine Gondel rum. Wow, nice. Wollen wir damit mal fahren? Was meint ihr? Ach komm, wir fahren jetzt mal Gondel. Auch wenn die gleich sehr schnell sein wird. Los geht's, Leute. Ah, falscher Waggon. Nein. Das ist der Richtige, oder? Oh, ich hoffe. Oh shit. Ah, hier sieht man schon mal den Baustil. Der ist echt toll. Fällt mir richtig gut. Hier geht's jetzt überein. So wie es jetzt anhört, hier jeden Gehege. Wie die lachen. Auch nice. Finde ich ja mega cool, den Baustil. Wow, hier gibt's noch richtig viel zu entdecken. Ich glaub, wir werden uns gleich voll verlaufen. Sieht aber schon sehr interessant aus. Oh, hier fahren wir sogar durch den Busch. Der ist vielleicht ein bisschen im Weg platziert. Braucht nur so eine Kleinigkeit. Ist, glaub ich, nicht so schön, wenn du da in so einer Gondel sitzt. Und einfach mal so schön die Äste durchs Gesicht kriegst. Ach, cool. Sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Ist zwar alles sehr... Oh, geil. Unter der Brücke durch. Wow, wie cool. Zwar alles sehr flach, wollte ich grad sagen. Aber es sieht trotzdem sehr schön aus vom Baustil. Ich mein, so eine Sahara ist ja halt auch so eine Wüste. Die nun mal sehr flach ist, ne? Aber du hast ja auch so minimale Höhenunterschiede drin. Bin ich auch großer Fan von. Auch schöne Bahnhofstationen hast du. So zwischendrin. Also man sieht das schon. Du hast trotzdem so minimale Höhenunterschiede drin. Mega. Sieht echt cool aus. Und auch diese Affenbrotbäume. Libras. Wo ist denn die Sahara eigentlich? Die ist da mehr so rechts oben bei Afrika. Oder wo ist die? Oder ist die Sahara die gesamte Wüste? Ich hab keine Ahnung. In Afrika. Sahara ist, glaub ich, sehr groß. Aber da du mehr so Arabisch geschrieben hast, ist es, glaub ich, mehr so Richtung Irak, Iran, Ägypten. Kunesien ist da, glaub ich, noch so in diese Richtung eher, oder? Puh, ich hab keine Ahnung. In Afrika kenn ich mich leider nicht so aus. Ist aber echt interessant. Auch hier mit den Klippen. Das sieht mega cool aus. Wow, wie nice. Die Bahnhofstation, der sieht auch komplett anders aus. Ist aber trotzdem im gleichen Baustil. Mega cool. Das mit den Klippen ist auch mega cool. Gut, dass ich diese Fahrt mache. Oh, hier fährt man auch leicht durch die Klippe. Da sehen wir auch so ein Tempel oder sowas. Wow. Wuhu. Ist das schön. Ah, da fahren wir auch leicht durch die Klippe durch. Wieder durch die Blätter. Also ganz leicht musst du die Sachen von der Platzierung noch ändern. Boah, sieht schon alles sehr schön aus hier. Auch hier die Felsarbeit und Bepflanzungen und der Wasserfall da vorne. Wow, richtig cool. Sehr delish. Was gibt's Schöneres als Cappuccino und so eine schöne Fahrt nach dem Aufstehen. Und mit euch rumblödeln. Heute sprechen wir mal alle Sprachen in diesem Video. Leider kann ich keine Drittsprache. Finde ich sehr schade. Hätte ich ja gerne mal gelernt. Ich hatte zwar damals vier Jahre Französisch in der Schule. Aber davon ist leider nicht wer hingeblieben. Französisch war aber auch nicht so meine Sprache. Oh, hier küssen wir auch ganz leicht das Dach. Oh, hier ist so ein Indoor-Gehege. Das werden wir aber alles gleich noch ein bisschen genauer erkunden, Leute. Also keine Sorge. Aber die Fahrt hast du super gestaltet. Also wirklich ultra interessant. Nicht schlecht. Das war's jetzt, glaube ich, auch mit der Fahrt. Wenn mich nicht alles täuscht. Gehen wir mal raus. Mal gucken, wo wir sind. Ja. Hier. Achso, was ich noch anmerken wollte. Das ist mir gerade aufgefallen, als ich gewartet hatte auf die Fahrt. Aber dieses Gebäude sieht mega schön aus. Dafür, dass es eigentlich nur so ein viereckiger Kasten ist, hast du das super schön gestaltet hier mit diesen ganzen Deko-Elementen und so. Das sieht echt toll aus. Hast du dir richtig Mühe gegeben. Auch tolle Farbkombinationen. Das hier sieht auch cool aus mit dem Geschwungenen hier nach oben mit dieser Treppe. Also richtig toll gemacht. Mega cool. So, haben wir hier einen Mitarbeiter. Perfekt. Nehmen wir mal hier den Üppi. E-Git-Camp. Sehr schön. Dann können wir nämlich weiter besichtigen. Rechts oder links, Leute? Wir gehen mal rechts. Zu den Gorillas und Nyala. Zebra, Ostrich. Zebra, Ostrich. Sind ja Englisch, stimmt. Ostrich ist Strauß. Und Spotted Hyäner. Findest gut, dass du alles auf Englisch gehalten hast. Find ich sehr gut. Geht's hier hin? Ach, hier geht's auch nur zum Hauptplatz. Hast du ja auch super schön bepflanzt. Schöne Felsarbeit. Ganz toller Baustil. Hab ich so noch gar nicht gesehen. Das ist mal was ganz Besonderes. Oder was ganz anderes. Find's auch cool, dass du den durchgezogen hast. Alle Häuser sehen trotzdem anders aus, aber sind in diesem gleichen Baustil. In diesem Weiß. Oh, hier sind so coole Laken rübergehangen. Oh, hier sind schon die Jäner. Wie cool ist das denn? Das hast du sehr gut platziert, dass man das so sehen kann. Und wir haben sogar gerade das Glück. Lass es springen. Schaffst es. Wer heißen denn nochmal die Jänen vom König der Löwen? Weiß es leider nicht mehr. Lange her. Boah, das klingt aber böse, wenn der Kiefer so zusammen schnappt. Na, aber die haben ordentlich Bisskraft, die Jänen. Bin mir aber gar nicht sicher. Aber ich hab... Warte mal, hab ich nicht mal ein Video geguckt, wo... Gesagt, wo das Jänen eine richtig krasse Bisskraft haben? Ich weiß es nicht. Kann auch genau das Gegenteil sein. Wenn ich ehrlich bin. Versucht es immer noch, oder was? Ne, tolles Gehege. Haben wir ja gerade schon so ein bisschen von oben gesehen. Hier auch cooler Unterschlupf in dem gleichen Baustil. Der hinten fährt die Strecke durch. Man hat eine wunderbare Sicht. Es ist zwar sehr flach, das Gehege. Aber du hast es super gestaltet. Du hast ja auch so minimale Höhenunterschiede und so drin. Dadurch fällt das gar nicht so negativ auf. Hier sind überall so ein bisschen Höhenunterschiede drin. Das sieht man kaum. Aber es sieht jetzt nicht flach aus. Also nicht so komplett unnatürlich flach. Also da ist überall so ganz leichte Huggel und so drin. Das hast du wirklich gut gemacht. Die machen hier schon mal WM-Vorbereitung. Ach, ERM fällt ja wahrscheinlich dieses Jahr aus, ne? Gehe ich mal von aus. In Corona. Cool, was ist das denn hier? Ach lol, ich weiß nicht, was das ist. Das soll so ein Kinderkarussell sein. Hier sind die Stangen und die Tiere. Da können die sich draufsetzen. Dreht sich nur leider nicht, logischerweise. Boah, wie cool. Auch eine tolle Idee. Ah, und wieder schöne Musik. Wundervoll. Okay, wir gucken nochmal hier rein. Das ist nochmal eine Ansicht auf die Hyänen. Das meinst du wahrscheinlich mit den Zaun, dass es ein bisschen unrealistisch wäre. Aber es ausreicht für die Tiere. Finde ich gar nicht schlimm. Ich finde es cool. Ist eine tolle Idee hier für einen Zaun. Man kann die Hyänen wirklich wunderbar beobachten. Ich dachte, jetzt springt sie auf uns drauf. Das wäre jetzt so richtig passend gewesen. Zack, zerfleischt. Sind Hyänen eigentlich wirklich so hinterlistige Tiere? Ist doch auch so ein bisschen Aasfresser-mäßig unterwegs, oder nicht? Ich glaube schon. Oh, die Musik ist teilweise ein bisschen laut. Tut mir leid. Es ist halt immer, wenn man da so nah rankommt. Ostrich. Hier haben wir den. Einen fiesen Vogelstrauß. Und Zebras. Fiese Tiere. Schöne Tiere. Oh, da rennen sie schon. Oh, da rennen sie schon. Ich finde das cool mit den Gehegebegrenzungen hier. Oh, hier sind auch noch kleine Straußenbabys. Tolle Atmosphäre hier in deinem Zoo. Also es ist wirklich alles wie in so einem Guss. Gefällt mir sehr gut. Kann man echt nicht viel bemängeln. Ganz toll. I like it. So. Gehen wir mal hier lang? Oder gehen wir da lang? So eine Rundtour wäre noch nicht schlecht. Also wäre ganz gut gewesen eigentlich. Warte, ihr wisst ja, dass ich mich immer verlaufe. Was haben wir denn hier? Oh. Gorilla. Ach ja, der ist schon... ...eingefangen. Oh, das sieht ja cool aus. Diese ganzen grünen Bäume. Fühlt man sich gleich so tropisch. Hier hinter ist gerade ein Gorilla am Spielen. Und da sehen wir auch diese Tour durchfahren. Ach, das ist das Gehege mit der Hängelbrücke. Megacoole Idee mit der Tour. Der Hängelbrücke hier oben. Finde ich cool. Okay, diese Stämme hättest du vielleicht noch ein bisschen runter platzieren können. Das wäre, glaube ich, realistischer gewesen, als wenn die hier so halb drin sind. Und die Brücke hätte allgemein vielleicht noch einen ganz kleinen Ticken natürlicher hängen können. Sieht ein bisschen... Ah, ich glaube, so ein bisschen geschwungener. Dann hätte das realistischer ausgesehen. Von der Schwerkraft her. Aber das ist auch nur so eine minimale Sache. Ich finde es mega cool, die Idee hier. Sieht auch echt schön aus. Hier ist auch so richtig schönes Dschungelfeeling hinbekommen. Und hier sind dann die... Sind das Nialas? Und Bambi ist auf jeden Fall am Start. Süß. Entschuldigung. Gerade einen Schluck Cappuccino getrunken. Und ihr müsst hier die Säule sehen. Da sind auch die Gorillas. Finde ich auch cool, dass die Tiere sich so zurückziehen können hier. Weil das Gehege sehr verwinkelt und verwuchert ist. Finde ich aber toll. Die können auch hier oben hochklettern. Coole Aussicht. Auch hier ist natürlich wieder das Ding ein bisschen niedrig. Das meinst du ja wahrscheinlich auch. Finde ich aber nicht schlimm. Finde ich cool. Dann haben wir nochmal Tierinformationen. Sehr toll. Ist überall Musik. Also du hast ja ordentlich Mühe gegeben mit Boxeninstallationen. Kann man ja eine gute Laune kriegen. Ist auch noch eine schöne Deko. Mit einem kleinen Elephant. Ach. Oh. Wie süß. Ein Zebra Baby. Hier könnt ihr schlafen. Hier kann man die auch nochmal beobachten. Cool. Und auch hier hast du wieder so einen richtig schönen Unterstand in dem gleichen Stil gebaut. Oh. Ich werde mich so verlaufen, Leute. Oh Gott. Hier ist der nächste Bahnhof. Der geht hier auch wieder hoch. Der ist auch wieder ganz anders gebaut. Aber trotzdem cool. Hatten wir ja vorhin schon gesehen bei der Fahrt. Okay, Leute. Gehen wir mal zu den Cheetah, Wild Dog, Gazelle. Wie heißt das? Giselle. Und Black Willebeest. Oh, ich weiß gar nicht mehr. Was war denn nochmal Cheetah? Eigentlich weiß ich das. Und was ist Black Willebeest? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir mal hier lang. Ah, die sind leider ein bisschen hoch hier, die Barrieren. Da kann man nicht rüber gucken. Aber soll ja vielleicht auch gar nicht so. Was haben wir hier? Okay. Ach, Cheetah war Gepard, oder? Kann das sein? Ich glaube, Cheetah war auf jeden Fall eine Raubkratze. Ich glaube, das ist ein Gepard. Aber ich sehe hier gerade kein Tier. Das ist aber auf jeden Fall ein Fleischfressergehege. Deswegen kommt das ganz gut hin. Da hinten ist, glaube ich, dieser Bahnhof. Ist das ein Bahnhof? Das war dieser Glasdachbahnhof, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, hier sind diese Felsen auch, die ich vorhin so gelobt habe. Aber wo sind die Tiere? Ist auf jeden Fall... Also es wäre ein passendes Gehege für einen Gepard. Schön viel Fläche zum Sprinten. Schön flach. Aber auch hier sieht man wieder. Du hast wieder so leichte Hügel und so eingebaut. Dadurch sieht das wirklich ganz gut aus. Also mir gefällt das gut. Und du hast hier auch alle Ränder und so abgesteckt mit natürlichen Barrieren. Ach, hier sehen wir ja das Schild. Ist tatsächlich ein Gepard. Nur will der sich gerade nicht zeigen. Wollen wir mal einbrechen? Komm. Wir finden dich. Gepard. Cheetah. Wir finden dich. Oh, ich könnte sogar rüberlaufen. Ach, wie cool. Ich finde es toll. Und hier könnt ihr auch nochmal rausgucken, die Leute. Guck mal, wie sie jubeln. Oh, die machen gerade einen Tanz. Die tanzen ihren Namen. Die waren hier in der Waldorfschule. A, B, C, D. So. Ähm. Wo seid ihr? Hä? Schwimmen? Geparden? I don't know. Ach. Look at this. There we go. Da seid ihr. Ihr kleinen Stinker habt euch unter mir versteckt. Ich war nämlich gerade hier oben drauf, oder? Oder war ich da hinten? Nicht, ich war da hinten. Ach, hier ist auf jeden Fall der Schlafplatz. Cool, okay. Haben die auch genug Platz zum Schlafen? Finde ich cool. Wollen wir nicht weiter stören? Ach, hier waren wir. Okay. Let's go. Weiter geht's. Oh, wie schön hier schon wieder. Jetzt geht's hier in so ein Tempel. Auch wieder ein tolles Bild. Tolles Feeling hier mit der Musik. Ach. Ist das schön. Ich liebe es, Leute. Aufzustehen und ein Zoo zu besichtigen. Es könnte Schöneres geben. Es ist wirklich schön. Also, es ist was ganz anderes, aber gefällt mir super gut. Also, hier würde ich auch gerne in echt reingehen in diesen Zoo. Definitiv. Oh. Afrikanische Wildhunde. Die sehen wir ja super selten. Scheinen sehr unbeliebt zu sein, leider. Obwohl die echt süß sind. Können wir tatsächlich vorstellen, dass das was mit der Beta zu tun hat. Dass man die so selten baut. Weil man die in der Beta schon so oft gebaut hatte. Das sind doch voll die süßen Tiere, oder? Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr die süß findet. Wer jetzt schreibt, er findet sie nicht süß. Der ist herzlos. Oh mein Gott, dieses Baby. Oh, niedlich. Habe auch schön gemacht hier. Da kann man die super beim Schlafen beobachten. Die fühlen sich nicht gestört. Ach, toll. Und auf dieser Seite sieht man dann die, ähm, Cheaters. Und das ist die, ne, Black Wildebeest ist das nicht, ne? African Wildhorn. Ah, nee, das war holländisch. Horn, doch. Das hatten wir auch schon mal. In einem anderen Zoo. War das herrlich. Ach, cool. Ich finde es toll, dass man hier so reingehen kann. Und von beiden Seiten die Tiere beim Schlafen beobachten kann. Überall ist Musik. Leider die ganze Zeit das gleiche Lied. Vielleicht kriegen wir ja gleich noch ein bisschen Abwechslung. Hier geht es auch wieder hoch. Ah, ich finde es cool, dass du überall was für mich installiert hast an Musik. Wird mir nicht langweilig. Okay, hier haben wir, könnte das Black Wildebeest sein? Ist das nicht ein Weißschwanz genug? Weißschwanz genug auf Deutsch, glaube ich, ne? Was ist das? Das ist eine Giselle. Giselle. Giselle Bündchen. Hier sind wir vorhin auch lang gefahren. Denken wir, das ist dann das Black Wildebeest? Kann das sein? Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ich mich irre. Oh, guck mal, wie klein das ist. Was ist denn das hier? Springbock? Ne, Thompson-Giselle. Logischerweise. Giselle. Oh Gott, ey. Das ist ja ein komisches Video heute. Aber ich habe Spaß. Ich habe sehr viel Spaß. Sehr gut. Hier geht es runter. Guck mal, so sitze ich auch gerade vor dem PC. Der ist so motiviert. Obwohl ich gerade erst aufgestanden bin. Ja, schön wäre es. Ich glaube, so motiviert bin ich nie in meinem Leben. Ah, hier können wir auch nochmal die Wildhunde angucken. Cool. Finde ich toll. Finde ich sehr toll. Oh, wie cool. Wie idyllisch das alles ist, Leute, oder? Guck mal, hier trinkt so ein kleines Wildhundbaby. Und hier dieser wunderschöne Bahnhof in dem wunderschönen Baustil. Hier richtig schön bepflanzt alles. Ah, das sieht schon toll aus. Und das Schöne ist, den Zoo werde ich für euch hochladen. Den könnt ihr auch mal ausprobieren. Das ist nicht toll. So, was haben wir hier? Ach, hier sind auch nochmal unsere Giselles und Wildebeest. Ich habe wirklich keine Ahnung, was genug auf Englisch heißt. Kann gut sein, dass sie so heißen. Oh, hier geht es auch nochmal rein. Oh, okay. Jetzt sind wir im begehbaren Gehege, so wie es aussieht. Ah, was ist hier drin? Wie ein Wassergehege aus, wo wir rüberlaufen. Ah, tatsächlich. Da schlafen die. Die Zwergenhippos sind das, oder sind das normale Hippos? Ich glaube, das sind Zwergenhippos. Ja, Zwerg plus Pferd. Cool, finde ich auch toll. Oh, vielleicht fehlt hier noch der ein oder andere Felsen. Ich weiß nicht. Oh, es geht eigentlich. Muss ja auch nicht überall immer befelzt sein. Ja, hast du schon schön gemacht. Gefällt mir. Ah, so ein bisschen mehr Felsen hätte ich hier echt machen können. So in diesen Kanten und so. Ich glaube, dass sie noch ein bisschen mehr austoben können. Ist aber eine coole Idee, hier so ein Gehege zu machen. Natürlich fehlen hier auch wieder die Stützen so ein bisschen. Ist unrealistisch, dass so eine große Halle ohne Stützen so gehalten wird, ne? Ich weiß, es ist immer schwer, solche architektonisch richtigen Gebäude zu bauen, weil wir halt uns alle dann nicht so mit auskennen. Aber ich denke mal, so eine Halle bräuchte zumindest ein paar Zwischenstützen. So ein bisschen größere. Das hättest du, glaube ich, hier auch schön machen können. Die hättest du dann noch schön in diesem Stil hier verpacken können. Das hätte, glaube ich, sogar cool ausgesehen. Wenn hier so die ein oder andere Stütze noch ins Gehege runter geht. Aber trotzdem coole Idee. So. Oh, wow. Das sieht ja auch so schön aus. Mega idyllisch. Und wir kommen direkt auf den nächsten Springbrunnen. Ich finde es übrigens mega cool, dass du so viele Plätze gebaut hast, so runde. Da fühlt man sich immer so, als ob man jetzt einen Abschnitt geschafft hat und in den nächsten kommt. Das ist ganz cool. Auch wieder ein schöner Springbrunnen. Das ist Black Wildebeest. Das muss das Ding sein. Pick me Hippo. Oder Pike my Hippo. Ach, cool. Nile Monitor. Was ist das denn? Waran? Nil Waran vielleicht? Nee, Waran heißt doch auch Waran auf Englisch, oder? African Wild Dog. Zebra und Ostrich. Hier sind wir wieder am Eingang, ne? Ja, wie cool. Wir sind sogar einmal im Kreis gelaufen. Oh mein Gott. Haben wir jetzt gerade automatisch den Rundgang gemacht? Wir gehen mal nochmal hier lang. Nile Monitor. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Auch sehr gut eingebaut hier. Hier ist dann der Knopf für die Mitarbeiter. Gut versteckt. So, wo geht es denn hier lang? Cool. Ich finde das echt cool auch hier mit diesen abgerundeten. Wie cool das aussieht alles. Hier hast du zwar diese Standardsachen nur benutzt, aber es sieht trotzdem gut aus. Passt zu deinem Stil. Hier kann man nochmal die Tierchen sehen. Wie cool ist das denn? Da hinten sind die Wildhunde. Oh, ich finde die toll. Ich finde die so süß, die Wildhunde. Und hier sind die Zebras und die Strauße. Die schlafen auch da hinten. Ich habe sicherlich das eine oder andere nicht gesehen. Ah, und hier geht es dann wieder zurück. Okay. Du brauchst echt keinen Rundgang ausschildern. Das sind wirklich Nidelberane. Oh, wie schön. Aber ich habe mich, glaube ich, nicht verlaufen. Das ist einfach sehr gut strukturiert hier vom Wegenetz. Also wenn ich gleich hier wirklich einmal alles gesehen haben sollte, dann hast du das echt mega gut geregelt. Wenn ein Dundee sich nicht verläuft, das ist ein gutes Zeichen. So, das habe ich nicht vergessen. Giant Panda. Den müssen wir noch besichtigen. Und wir sind nicht mal unnötige Umwege gelaufen so. Also wir sind wirklich gut durchgekommen. Ach, wie schön. Hier plätschert es schon wieder. Und hier geht es jetzt. Oh, es gibt wieder einen Text für uns. We are proud to present to you Giant, Ying and their hereborn baby Xing. Giant and Ying have been lent to us by the Chinese government as a symbol of our friendship and will stay for two more years. So, we hope they bring as much joy as to you as to us. Oh mein Gott. Läuft bei mir. So. Ich habe es aber auch verstanden. Nur lesen viel mehr schwer. Ach, wie schön. Sieht auch sehr cool hier aus. Muss ich sagen. Auch coole Mauer hier. Andere Musik. Ach, wie schön. Ach, ist das toll. Hier kann ich mich dann hinsetzen. Und rund um Ying, Xing, Yang. Ich habe die Namen schon wieder vergessen. Und ihr Baby beobachten. Oh, da ist es. Oh mein Gott. Panda sind so süße Tiere. Und der Kopf ist einfach so groß wie der Körper. Ach, das ist toll. Dass du dir auch noch eine Story dahinter überlegt hast. Hinter den Pandas. Ich finde es super. Ich finde es wirklich klasse. Hier können die hochklettern. Auch ganz toll. Ah, schön. Schöne Atmosphäre hier. Auch eine sehr interessante Brücke. Hast du auch schön abgestützt. Schön beleuchtet. Schauen wir gleich auch auf jeden Fall nochmal beim Dunkeln. Oder im Dunkeln. Wie dein Zoo aussieht. Ah, ich finde es toll. Ich finde es wirklich toll. Ich glaube, ich habe jetzt auch alles gesehen. So, wir gehen mal zurück zum großen Plaza hier. Wunderschön. Mega cool aussieht der Platz. Hammer. So, dann sind wir hier vorne lang gegangen. Hier hätten wir alles gesehen. Hier sind die Pandas. Cool. War ich hier? Hier war ich nicht. Leute, ich habe nicht alles gesehen. Nein, wir haben nicht alles gesehen. Okay. Der hätte doch einen Rundgang machen sollen. Ich habe jetzt was von deinem Zoo übersehen. Hier waren wir nämlich noch nicht. West African Lion, Giraffe, Buffalo, Elephant, Antelope und Warthog. Was ist denn Warthog? I don't know. Let's find out. Hier ist auf jeden Fall der Ausgang aus der Station. Exit. Okay, wieder drei Abkreuzungen. Oh, wie cool. Das ist hier so ein, wie heißt denn sowas? Ein Tempel, Dom? Er hat mich so ein bisschen an das Ding, was in Italien steht. In Rom, glaube ich. Diese Gladiatoren-Arena oder was das war. Da sind auf jeden Fall Löwen drin. Cool. Coole Idee, das hier so reinzubauen in so ein rundes Ding. Man tut es sogar trotzdem den Baustil beibehalten. Auch hier unten an der Wand und so. Das sieht mega nice aus. Er ist richtig glücklich über seinen Würfel da. Wow, cool. Coole Idee. Wirklich nice. Hier kann man dann einmal komplett rumgehen. Und einmal die Löwen rund um betrachten. Wieder ganz viele Wegabkreuzungen, um sich zu verlaufen für Dundi. Sehr schön. Exit. Ich meine, du hast alles ausgeschildert, aber... Ich habe mich trotzdem verlaufen. Ich weiß es. Die können doch da unten irgendwie rein, die Löwen. Aber ich weiß nicht, wohin. Hier hinten oder so? Weiß nicht. Gott, Leute. Wo gehe ich denn jetzt lang am besten? Wir gehen nochmal ganz kurz zurück. Und dann überlegen wir uns einen Plan. So. Wir gehen mal erstmal hier lang. Das sieht doch schön aus. Boah. Ich würde sagen, war ein Leck. Das ist ja mega Mühe gegeben mit den Boxen. Das ist wirklich überall Musik. Oh, wie schön. Ist ja auch wieder ein ganz anderes, ganz andere Gehegebegrenzung gemacht. Kaffernbüffel sind das. Und da hinten Giraffen. Das ist übrigens auch, was mir sehr gut aufgefallen oder sehr positiv aufgefallen ist. In jedem Gehege eine sehr gute Tieranzahl. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Das hast du wirklich sehr gut gemacht. Auch Babys dabei, Erwachsene. Also das hast du echt toll gemacht. Das ist mir nämlich auch schon öfter negativ aufgefallen. Dass dann Leute zu viele Tiere haben oder zu wenige. Meistens zu viele tatsächlich. Aber das hast du ja auch sehr, sehr gut gelöst in dem Zoo. Hammer, cool. Und überall diese kleinen Huggel. Also es ist echt wichtig, wenn ihr so ein flaches Gehege baut zu planen. Oder Boot zu planen? Plan zu bauen. Dann macht auf jeden Fall so ein bisschen Höhenunterschiede rein. Das macht echt viel aus. Und das ist auch gar nicht so viel Arbeit. Aber das ist schon echt cool. Die können die dann auch nochmal unter. Die in den Schlafplatz. Ich glaube, hier hättest du auch nochmal irgendwie eine Säule in die Mitte packen müssen. Finde ich auch so cool, ne? Wie kann man so elegant schlafen? Hammer. Okay. So, geht's mal wieder zurück. Das ist auch alle Barrieren hier. Oder alle Gehegebegrenzungen mit Klippen gemacht. Finde ich auch gut. Also das ist dir ja richtig Mühe gegeben. Hier einmal komplett drumherum. Alles mit Klippen ausgeschmückt. Also das ist Hammer. Gibt mir auch nochmal eine schöne Sicht von oben. Cool. Oh, hier sind nochmal ein paar Fressbuden. Mit ein paar Tischen hier am Rand. Auch sehr cool. Sehr elegant gelöst mit den Tischen hier am Rand. Mit dem Rasen. Auf dem Rasen. Da hast du wirklich auf engstem Raum den Platz sehr gut genutzt. Und das auch so verpackt, dass es nicht so aussieht, als wenn man eingeengt ist. Also finde ich echt toll. Super gemacht. Und man hat natürlich auch noch, wenn man hier sitzt zum Beispiel, so ein bisschen Privatsphäre, finde ich. Dadurch, dass hier Blumen und so zwischen sind. Das finde ich gut. Finde ich super. Das ist echt toll gelöst. Cool. Geh nochmal hier zurück. Das Wege-Netz hier hinten ist natürlich ein bisschen verwirrend so. Was für mich. Oh. Wer will mit mir Schach spielen? Nee, da hat schon jemand angefangen. Okay, komm. Ich mache auch einen Move. Muss jetzt sein. Drücke vor. Jetzt habe ich auch einen Move gemacht. Mega cool. Gucken wir gleich nochmal von oben an. Auch eine tolle Idee. Auch hier diese ganzen Figuren. Oh mein Gott. Das ist ja echt cool. Wow. Komm mal. Ah, hier haben wir nochmal einige Tiere. Auch sehr schön gemacht hier mit diesen ganzen Dings hier. Oh, was mache ich hier? Ich denke gerade irgendwas an. Oh. Tier in Not. Let's get it out. Okay. Da sind sie auch schon am protestieren. Auch hier wieder einen schönen anderen Zaun gemacht. Der ist natürlich unrealistisch. Hast du ja geschrieben. Aber sieht cool aus. Da hinten ist auch nochmal so ein riesiger Tempel. Hier sind die ganzen Tiere. Hallo. Ich versuche hier gerade ein Besichtigungsvideo zu drehen. Meine Güte. Immer diese Protestleute. Kein Anstand. Ah, ist das schön. Der Zoo ist schön. Jetzt meckert nicht. Hier geht es auch nochmal runter. Oh, hier haben wir nochmal Underwater Viewing. Cool. Oh. Wie viel Glück muss man haben? Was auch immer das ist. Das ist auf jeden Fall klein und süß. Oh, hier ist noch eins. Da planschen. Die planschen ja alle. Da überall nur so kleine Füßchen. Oh, das ist cool. Ich liebe ja Underwater Viewing. Finde ich cool, dass du hier noch so eine kleine Ecke eingebaut hast. Komm mal. Hintergrund sieht man die Elefanten mit Babys. Auch hier ist die Anzahl wieder sehr gut von den Tieren. Mama mit Baby. Oh, Mama geht planschen. Man kann es kaum erkennen. Ist sehr weit weg. Da. Unter Wasser. Haha, wie cool. Da sieht man es ganz leicht. Die Stoßszene. Da. Cool. Gefällt mir. So, wo geht es hier hin? Oh, hier geht es auch nochmal unterirdisch hin. Oh, hier ist die Felsen ein bisschen zu niedrig. Wir müssen noch ein bisschen hoch. Oh. Oh mein Gott. Cool. Nochmal ein Unterwassertunnel. Sind das die Warzenschweine? Ich glaube schon. Ich wusste gar nicht, dass die so gerne planschen. Cool. Finde ich nice, dass du hier nochmal so einen Underwater Tunnel gebaut hast. Hammer. Hier geht es dann hoch. Oh, hier hat man dann auch nochmal so eine schöne Aussichtsplattform, wo man sich auf so einem bequemen Settel hier chillen kann. Cool. Sind leider gerade keine Tiere. Doch, da. Pumba ist am Start. Schade, dass es Timon in dem Spiel noch nicht gibt. Hm. Okay. Mega cool. Gut, dass ich das noch gesehen habe. Das hätte ich hier echt nicht gern verpasst. Dann nochmal ein richtiges Highlight. Gibt es hier lang? I don't know. Hier geht es auch nochmal hoch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich schon alles gesehen habe. Ob ich ehrlich bin. Zit. Glaube schon. Glaube, glaube schon. Giraffe in Buffalo. Oh, fuck. Ach, das ist ein Warzenschwein. Okay. Cool. Ich glaube, jetzt haben wir alles gesehen, Leute. Schauen wir nochmal von oben. So, jetzt waren wir auch hier hinten in dem Bereich. Das ist hier nochmal dieser Löwentempel. Ich frage mich ja, wo die hin können, die Löwen? Oh, das ist... Ach, das ist unterirdisch. Okay. Das ist einfach deren Schlafbereich. Ah, okay. Sah so aus von hier, als wenn die dann noch in den anderen Bereich könnten. Aber coole Idee hier mit dem Gehege. Auch hier hinten. Ah, das hast du schon alles sehr schön und elegant gelöst. Ist auch cool mit diesen Glaskuppeln da oben. So, nochmal ein schöner Wasserfall. Cool. So. Jetzt hier alles gesehen. Hier waren wir auch. Das sieht schon alles sehr cool aus, ne? Auch diese ganzen Gebäude von oben und so. Ja, ich glaube, wir haben alles gesehen. Hast du echt cool gelöst. Hier ist nochmal der Parkplatz. Hier der New School und hier der Old School Parkplatz. Mit den Kamelen. Klasse Idee, wirklich. So, machen wir mal kurz Night. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Auch so ein bisschen schon beleuchtet. Kann man natürlich noch ein bisschen mehr ausleuchten hier. Okay, hier hast du krasse Scheinwerfer installiert. Wird wahrscheinlich hier wieder die Hälfte verpassen. Von der Beleuchtung her. Aber das ist ja auch halb so wild. Ihr könnt euch den Zoo ja selber angucken. Ist ja alles in der Videobeschreibung. Wie ihr den selbst ausprobieren könnt. Ach, das ist schon toll. Hier ist nochmal das Schachbrett von oben. Sehr, sehr cool. Oh, ein Leck. Ach, toll. Das war ein toller Zoo. Hat richtig Spaß gemacht. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Zoo fandet. African Menagerie heißt er. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr ihn runterladen. Selbst ausprobieren. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Einsenden. Ich habe leider gerade deinen Namen vergessen. Ich schaue nochmal ganz kurz nach. Sabrina war dein Name. Tut mir leid, dass ich es vergessen hatte. Aber es ist morgens. Ich bin verpeilt. Habe ich ihr gesagt. Hat richtig Spaß gemacht. Ich hatte richtig viel Freude. Hat mich sehr gut unterhalten. Und ja, wenn du nochmal einen Zoo baust, einen neuen, schick ihn gerne wieder ein. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Zoo fandet. Habe ich glaube ich gerade auch schon gesagt. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Bleibt gesund. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi.